Ja, ja, fahr! Du bist so gut wie tot! Ja, ich glaub auch. Ich glaub auch, aber hey. Ja? Du! Geh weg, geh weg, geh weg! Huh! Nein, huh, wo bin ich? Ist er tot? Ist er nicht? Bin ich nicht? Der ist tot. Munition wär nice! Ja, 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 ja. Wo der Hammer hängt und so. Da oben drauf war ja irgendwie nichts. Naja, so aussichtstechnisch, ne? Oh, jetzt geh ich tot, ey. Mann, ey. Hallo, darf ich mal... Ja, ja. Wie kommt man hier hin? Nein, nein, nicht runterfallen! Nicht, nicht. Für dich hat der Spaß jetzt ein Ende. Hat er? Ey, wenn da hinten jetzt eins raufspringt, ne? Und sofort nimmst du mich ins Ziel! Dabei hast du echt andere Sorgen, hässlicher! Mann, ey! Ja? Ende Gelände. Und du bist keine Ahnung wo. Ich muss doch hier irgendwie aufkriegen, oder nicht? The question is bloß how. Ja. Was war hier? Ach ja. Peek-A-Boo. Nimm's doch mit, alles. Nimm alles, alles. We need everything. Warte mal, kann ich jetzt noch? Jetzt? Och, hör doch auf. Hör doch auf. Aha. Na toll. Okay. Na gut. Na gut, hab ich gesagt. Aber war hier nicht, war hier nicht irgendwas noch, was ich öffnen konnte mit der Keycord? Komisch, dass immer nur eine Seite geht. Da war... Nix mehr. Und hier, hinter der Tür? Nee? Baba! Ja, of course. Deine Mutter, Alter. Deine hässliche Mutter. Die schämt sich für dich. Where are you? Wo denn? Äh! Wie fucking unfair ist das denn bitte? Ja, ja. Ach, pfff. Ich will da aber hin. Ich will wissen, was da eh heß. Ja? Wo denn? Was zum... Ffff? Ich hab keine Weste mehr! Oh, du dummer Klappspaten, ey. Warum laufe ich so langsam? Was ist mein Problem? Hallo? Hallo? Warum? Warum? Warum laufe ich so langsam? Och, mit der kann ich nicht rennen. Okay. Ich muss den Hässlichen da töten. Hallo? Irgendwie. Da. Hock dich... Ach, da muss ich ja... Ja, ja, ja. Ich seh den nicht mal! Ich seh den nicht mal! Hä? Ne? Bist du tot? I see nothing. Na, 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 nothing. Ey, was? Ah! Was soll denn der Scheiß? Was soll der Scheiß? Ich seh nichts und niemanden. Ach, hör doch auf, ey. Hässliches Spiel. Ja, na klar! Ach, Mann! Kommt man da denn überhaupt irgendwie hin? Ist doch offen! Lass mich doch durch! Hässliches Arschgesicht! Wo bist du? Dummer Ficker! Meine Fresse, ey! Halbtot wegen dich! Mann! Haben wir es jetzt? What do you want me to do, game? Oh! Jesus! Und jetzt? Nach da? Ich hab' ich ja trotzdem das Tor noch nicht aufgemacht. Himmel! Ja, ja, ist klar, Auto. Hast du Druck? Machst du? Jetzt hab' ich wenigstens ne Waffe an der Karre. Ob die mir was bringt? Habt ihr das Zeug jemals am Menschen getestet? Ach, nicht, als ich wüsste. Aber hier gibt's bestimmt einiges, von dem ich nichts weiß. Ein Grund mehr, warum wir well retten und von hier verschwinden müssen. Ja, danke fürs Speichern. Geil! Da bewegt sich was. Gras. Warum bewegt sich das? Warum erzählt er mir... Ah, ich blick's nicht. Gut. Mit dieser Zugangskarte müssten Sie den Forschungsbereich erschrocken gelangen können. Aus irgendeinem Grund sind aber noch Tore verschlossen. Sie müssen sie irgendwie aufbekommen. Und wie? Sie scheinen doch ein Händchen für Sprengungen zu haben. Versuchen Sie es mal damit. Ja, ja. Ich mach wieder alle auf mich aufmerksam. Genau. Denn alles andere funzt nicht. Noch jemand da? Ah! Hässlicher. Ich hab Angst! Soll ich aussteigen? Scheinbar, ne? Ja, ja. Aber erst, wenn ihr hergekommen seid. Oder? Ich fühl mich ein bisschen safer im Auto. Ja? Wo bist du denn? Ich hab voll Hunger. Ich würd gern Blei fressen. Ich hab hier eine Kugel extra für dich. Boah, ist aber lieb, ey. Hier. Ja, Mann. Ja, Mann. Für dich hat der Spaß jetzt ein Ende. Okay. Okay. Meine Herren. Ach, da oben. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Wo ist er denn? In den Puppets. Ja, ja. Macht dir das Spaß? Yo. Ohne Ende. Die, die, die. Wo seid ihr denn? Da. Hallo, ich treffe. Lava. Ja? Ja? Durch Bäume kannst selbst du nicht schießen, ja? Ich könnte ja mal... Aha. Ähm. Schätzelein. In den Kopf. Komm. In den Kopf. Na klar. Ja. Schlechter Schütze ist los. Mann, ey. Nur noch 30 Schuss, ey. Ich muss denn jetzt mal Ruhe, ey. Nimm das! Laut Schleichanzeige wurde ich gar nicht gesehen. Kann ich mich mit dir... Ich zerreiße ich in der Luft. Wo denn? Wo bist du? Gib auf, Alter! Ja. Du weißt schon, wer hier gerade an der dicken Wurme sitzt, oder? Nee. Was zur Hölle? Ich kann ihn nachladen. Die letzten 12 sind für dich! Ja! Du hässlicher... Toll, ey. Toll. P90 wieder. Empty? Wieso kann man mich halb sehen? Wo ist denn da noch wer? Wo hat er sich nur versteckt? Och, wie ein Nerv. Ach da. Piff, piff, puff. Piff, puff, puff. Moni, Fiona. Moni, Fiona. Moni... Oh. Moni, oh! Oh, geil! Beides voll. Nice. Nice. Nice, oh Scheiße. Okay, und jetzt soll ich hier... Ja, okay. Und momentan keine komischen... Schraubensprung-Mutationen. Tod durch Rucksack. Ah. Ah. Bitte no surprises jetzt, ja. Oh, that was a nice surprise game. Thank you. Komm her. Ja. Schnelles Ableben. Kurz und schmerzlos. Hässliche Kinder. Hey, ho! Da oben auch. Mann. Hello. It's me. Ich bin voll lieb und so. Ich schwöre. Ich bin voll lieb und so. What is this? Raaah! Some footsteps. They are coming closer. Some footsteps. They are gone. Ja? Hello? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Dü-dum-d-d-d-d-d-d. Wow! Where are you? Where? You? Ah! Nein! Aua! Jetzt meinst du, bist du ein ganz kluge Köpfchen, ja? Dass du eine Granate werfen kannst. Wow. Noch wer? Ist das hier wieder ein Flugzeug? Komm ich da hoch? So da, so. Au, Medizin. Deine juckende Nase. Okay. War's das jetzt? Boah, das Feuer ist mega animiert. Krass, Alter. Da kann man hochklettern. Wieso? Keine Ahnung. What if I climb here? Kriegt dann Heddy? Hallo? Dein Ernst? Dein Ernst? Dein Ernst? Du schießt freiwillig gegen den Balken mit dem Teil? Toll, Rüstung weg, hässlicher. Will ich das denn? Habe ich denn irgendetwas, was voll unsinnig ist? Nee. Hab ich nicht. Mann. Was war das? Jot. Wie viele Schuss hast denn du? Oh. Brauche ich das jetzt, um irgendwas zu sprengen? Okay, ich merke mir, hier oben ist meine Schniepaar. Äh. Und dann... Ja, okay. Okay. Und dann. Dann... Soll ich hier jetzt irgendwo... Soll ich hier jetzt irgendwo... Jetzt. Bunker? Achso. Wunderbar. Das sollte funktionieren. Ich brauche aber eine Rüstung. Hm. Ja. Das heißt, ich brauche die Bums gar nicht. Aber besser Bums als Sniper, oder? Aber ich habe nie eine andere Sniper gefunden. Immer nur eine andere Bums. Scheiße. I don't know. Jetzt wäre Sniper gar... Och, willst du was? Wehe, das macht die Brücke nicht mit. Boom. Boom. Scheiße, voll dran vorbei. Jetzt aber. Boom. Und wo noch? Where else? Ich darf mich nicht bewegen, wenn ich ziele. Da hat doch gerade noch wer geschossen. Ich habe eh nur noch einen Schuss. Da. Boom. Boom. Oder so. Oh, wie schnell der rennen kann mit dem Ding. Nee, dann nehme ich wieder die Sniper. Da muss ich auf. Oh, da muss ich... Och, Mann. Jaaaan